Heimat, ein wunderbarer Begriff, ein deutsches Wort, das doch Anlass für viele Auseinandersetzungen geboten hat. Dichter und Denker haben sich damit beschäftigt und die entscheidende Frage ist, was bedeutet für mich selber, für jeden Einzelnen dieses Wort Heimat? Ich übersetze es mir immer als den Sehnsuchtsort meiner Seele, ein Raum, in dem ich Ruhe genießen kann, auch Schutz habe und mich darin wohlfühle. Andere Menschen übersetzen es sich anders, sagen, der Geburtsort ist es, da wo man herkommt, die Sprache, die man spricht oder den Dialekt, den man hat. Die Thüringer Landesregierung hat die Universität Jena gebeten, den Begriff Heimat als Überschrift zu wählen für den aktuellen Thüringen-Monitor. Eine wissenschaftliche Studie, die wir seit 18 Jahren in Thüringen immer wieder von der Universität Jena erläutert bekommen und überprüft bekommen. Wie ist die Situation? Wie wird sie gefühlt? Was denken die Menschen in diesem Land? Deswegen diesmal eine Überprüfung, auch und gerade mit dem Begriff Heimat. Und das Erstaunliche ist, über 90 Prozent in unserem Land sagen, Heimat ist für sie ein wichtiger Begriff. Und auf die Frage, wie geht es Ihnen, antworten die überwiegende Anzahl der Menschen, es geht mir gut oder es geht mir besser. Ich habe eine positive Veränderung erlebt. Immerhin 60 Prozent, die sagen, es ist eine gute Entwicklung und 35 Prozent, die sagen, es geht genau in die richtige Richtung. Das sind doch positive Zahlen und zeigen, dass die Menschen in diesem Land eine Rückbindung an Thüringen haben, an das, was sie als ihre Heimat empfinden. Und trotzdem haben wir Aufgaben zu lösen und Probleme, die immer wieder einer besseren Antwort und einer besseren Lösung karren. Darüber müssen wir reden. Wenn dann aber gleichzeitig die Bevölkerung das Gefühl hat, die parlamentarische Demokratie bzw. deren Vertreter, also Politiker, also auch ich, haben an Ansehen verloren in den letzten Monaten, dann ist das ein Hinweis darauf, dass das Sommertheater in Deutschland nicht gut war. Und die ganzen erhobenen Zahlen und Daten sind noch vor der Auseinandersetzung um Herrn Maaßen dem Verfassungsschutzpräsidenten erhoben worden. Und die Bürger denken, warum kriegt die Politik, also die politisch Verantwortlichen auf drängende Fragen, warum kriegen sie keine schnelleren Antworten, keine besseren und schnelleren Lösungen. Das muss die Aufgabe von Politik sein, mit den Bürgern zusammen unsere Heimat zu entwickeln, weiterzuentwickeln, positiv zu entwickeln. Und ja, in dieser Heimat gibt es auch eine Auseinandersetzung um Menschen, die als Flüchtlinge hierher kommen. Menschen, bei 2,16 Millionen Einwohnern haben wir 25.000 Flüchtlinge, Menschen, die als Flüchtlinge hierher gekommen sind. Diese Menschen zu begleiten, ist eine große und wichtige Aufgabe. Aber es gibt auch Ängste und Sorgen. Deswegen wollen wir den Menschen eine Möglichkeit geben, den anderen, also den Menschen, der seine Heimat verloren hat, kennenzulernen und aktiv zu begleiten, damit wir mit unserer Heimat auch Schutzraum sein können für Menschen, die Schutz brauchen. In diesem Sinne wünsche ich mir eine positive Diskussion über Heimat. Ich bin froh, dass Heimat 90 Prozent Zustimmung in Thüringen hat. Das ist ein guter Wert, wenigstens für das, was wir empfinden. Und das ist gut für unsere Seele. Und was gut für unsere Seele ist, ist gut für unsere Entwicklung, um damit deutlich zu machen. Auf einem festen Fundament, auf guten wirtschaftlichen Zahlen, ist dieses Land gut weiterzuentwickeln. Und das ist gut für unsere Seele. Und das ist gut für unsere Seele.